Polly, only Polly, transforms your day into a world of adventure. Polly, only Polly. Best day ever. Polly, only Polly. World of adventure. Best day ever. Just a Polly. Die Kürbisse sind schön reif. Jetzt kann Auflauf gebacken werden. Hier sind 21 Formen. Es sind ja nur 20. Dann muss ich noch mal los und eine Form kaufen. Und wer passt so lange auf die Kürbisse auf? Das heutige Abenteuer, das Beet bewachen. Gut, aber du musst super, super gut aufpassen. Keine Angst, dein Beet ist bei mir sicher. Du wirst hier keinen Kürbis mehr stehen. Es ist nur noch ein einziger Kürbis da. Kirstie kriegt einen Nervenzusammenbruch, wenn es nichts mehr zu essen gibt. Ich hab die Lösung. Wir pflanzen welche. Dünger lässt sie ganz schnell wachsen. Den hier kriegst du nicht. Haha, wer zuletzt lacht? Du hast gewonnen. Polly! Polly, ich muss dir was sagen. Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst. Ist mir absolut schleierhaft. Ei! 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 Au! Au! Vielen Dank.